Hallo Chef, guten Morgen. Du hast gesehen Schnee fallen. Ja, unsere Baustelle alles weiß. Alles voll mit Schnee. Soll man es schaffen oder nichts? Schaffen trotzdem, okay. Aber was passiert, Chef, wenn ich vom Gerüst runterfliege und verletze? Ich soll bei dir anrufen, du Notarzt holen. Okay, alles klar. Du immer gut denken, danke dir. Super Idee, diese ich ganz vergessen. Ja, aber was passiert mit meiner Familie, Chef, wenn ich sterbe, wenn ich runterfliege? Ah, meine Frau Rente kriegen, stimmt. Stimmt, diese ich auch vergessen, diese. Stimmt. Und du dann immer meine Frau besuchen. Du sehr gute Herzhaber, Chef. Du sehr gute Herzhaber, wirklich. Aber Chef, wenn meine Kollegen nichts kommen, du kennst diese Faulenzer, wenn ein bisschen kalt gar nichts kommen, nur Krankmeldung schicken. Was mache ich alleine? Okay, dann ich für drei Leute schaffen, okay. Stimmt, ich kann diese. Du immer loben bei mir. Ich kann diese, ja. Und Chef, was bekomme ich als Belohnung, wenn ich alleine schaffe? Du kaufen bei mir neue Schaufel und neue Keller auch. Ah, danke dir, Chef. Sehr gute Herzhaber, wirklich. Sehr gute, Mann, du. Und dann ich nächste Woche mit neuen Schaufeln und neuen Keller schaffen und diese Faulenzer mit der Alte. Und bestimmt alle neidisch auf mich. Super. Vielen Dank. Schönen Tag, Chef. Schönen Tag.